Es gibt bedingungslose Liebe, die alles dreht und nie vergeht und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Ich, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alle sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Luft. Und es gibt Trost und Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue im Genut. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer, mit Jesus Christus Gottes Tod. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf werden, in Jesus Christus Gottes Tod. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit.